fahrradraudy hier spricht fahrradraudy für euch das war mein rad das ich drin hatte seht ihr das das wackelt über krass ich hab mir wieder ein rad rausgeknallt jetzt hab ich erstmal hier wieder ein freshes rein gemacht ihr wisst bescheid also ich hab übelst krass gewackelt ich dachte schon die scheiße fliegt heute noch raus aber ich hab Glück gehabt dass ich keinen Unfall gebaut hab und jetzt hab ich erstmal hier ein schönes neues rad drin und hier ist salte und das seht ihr hier über krasser spiel das ist ja normal aber hier das wackelt krass krass oder? guckt euch die scheiße an also ihr seht bei mir geht öfters mal ein Fahrrad kaputt ihr wisst bescheid das ist mit dem mobile was ich Zeit rumfahre hier damit fahr ich das mein so Ersatzfahrrad mit einem übelst geilen Schloss und so ja das ist halt so zur Zeit mein Fahrrad mit was ich mal hier ab und zu rumdüsel mit neuem Rad jetzt natürlich alles klar schöne Grüße von Fahrradraudi und Leute vergesst nicht die Glocke gell ihr wisst bescheid und weg also die 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 Vielen Dank.